Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, Gvulog hat zwei Schädel, einzunehmen bei Mokdork der Weise, im Shergwad, an dieser Position. Rechts unten seht ihr zu jeder Zeit die Koordinaten, wo ich mich befinde. Vor Quest war Mokdork der Weise. Ich nehme die Quest auf, während des Patches 9.0.5, also Anfang Shadowlands. Das Ganze sollte euch aber auch helfen in BC Classic, außer eventuell den Mob zu tötern. Ich glaube der Mob in Burning Crusade war ziemlich heftig, vielleicht hat man auch eine Gruppe dafür benötigt, das weiß ich jetzt nicht mehr auswendig. Und hier ist dieser Gvulog, an dieser Position. Das Gute ist, ihr könnt Glück haben und wenn dieser Gvulog tot ist, dann könnt ihr sein Item noch looten, denn es ist kein Drop Item an sich, sondern es erscheint auf der Welt. Aber das werdet ihr gleich sehen. Ich greife den mal an. Ich bin übrigens auch auf Twitch unterwegs. Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Online bin ich Samstag und Sonntag ab 6 Uhr in der Früh. Und Dienstag und Donnerstag ab ca. 17.15 Uhr. Da ist es so ein bisschen RL-Arbeitsbedingend. So. Und ihr seht, auf Looten gibt kein Quest Item, sondern das liegt hier neben ihm. Es kann sein, dass es auch mal bei seinem Kopf liegt oder da oder da. Keine Ahnung, ob das zufällig hingelegt wird. Und dann müsst ihr es benutzen. Dadurch lootet ihr es. Und habt es. Normalerweise, egal wer diesen Mob tötet, ihr solltet auch diesen Schädel looten können. Falls nicht, bitte in die Kommentare posten. Würde mich sehr interessieren. Quest ist ja bereit zur Abgabe. Dann geht's wieder diesen Turm hoch. Da bin ich auch schon. Quest ist abzugeben, bei Mockdork der Weise im Schergwad an dieser Position. Hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, dürft ihr gerne auch mir helfen, indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Nicht vergessen, in der Beschreibung den Link zum Twitch-Kanal. Vielleicht sehen wir uns mal live. Eizocke Ende.